Echte Gemeinschaft Worte der Weisheit Nummer 68 Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God Gesprochen von Jackie Echte Gemeinschaft entsteht nicht durch Worte, die in einer Gruppe von vereinten Menschen gesprochen werden. Vielmehr beginnt sie im Herzen und wird in der Stille meines Geistes gefunden, wo mein Friede die Gebrochenen heilt und meine sanfte Liebkosung das Herz erfreut. Denn all jene, die zu Füssen des Herrn gefunden werden, sind mit Gnade zugedeckt und jene, die in meiner Liebe bleiben, sind wirklich einmütig, sagt der Herr. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020